Hi Leute, heute möchte ich euch ein Produkt vorstellen, was ich wirklich super toll finde, was bei mir so viel geändert hatte beim Leben. Nein, nur ein Scherz. Ne, aber es ist wirklich super klasse. Es geht um die Crest White Strips. Die sind in YouTube in aller Munde gewesen oder immer noch, ich weiß nicht genau. Jedenfalls gucke ich so ungefähr den ganzen Tag, ich mache ja nie was anderes, die ganzen Beauty Gurus auf YouTube. Und die haben öfters mal Videos zu ihren Zähnen gemacht, wie sie die so weiß bekommen und das fand ich sehr interessant. Weil, ja, die haben ja wirklich heftige weiße Zähne, habt ihr das mal gesehen? So von zum Beispiel JLovesMac, kennt ihr die? Wenn ihr den Mund aufmacht, das blendet richtig durch die Kamera. Boah, jo. Ja, hätte ich auch gerne gehabt. Ich hatte immer sehr gelbe Zähne, besonders meine Eckzähne, die waren richtig dunkelgelb. Und das war mir sogar sehr peinlich, weil ich es sogar öfters darauf angesprochen wurde. Oh, hast du gelbe Zähne? Oh, das war mir echt peinlich. Ja, deswegen dachte ich mir so, als musste man was machen. Diese ganzen Zahnpastas, die könnt ihr alle vergessen, die es bei uns gibt. Hier, keine Ahnung von welcher Firma, gibt es ja in der Werbung und das bringt einfach gar nichts. Da sind vielleicht so ein paar Mikrokügelchen drin, die reißen mir ein bisschen am Zahnschmelz rum und machen dann vielleicht ein paar Verfärbungen auf der Zahnoberfläche weg. Aber wirklich, dieses Gelbe, das sitzt halt viel tiefer und das geht einfach mit Zahnpastas nicht weg. Punkt. Aus. Geht nicht. So. Diese Blendermade White Strips, jetzt habe ich es schon verraten, gibt es auch bei uns von Blendermade. Ähm, und zwar in der Apotheke. In der Drogerie müsst ihr, ich glaube, gar nicht erst suchen. Ich habe da geguckt, habe nichts gefunden. In der Apotheke habe ich nachgefragt, Kosten so um die 50 Euro, die habe ich mir dann mal gekauft. Und da war ich schon sehr, ähm, so ob das wirklich wirkt, so viel Geld ist es ja schon, ne. Ich meine, immer noch weniger als beim Zahnarzt. Oh Gott, werde ich jetzt dunkel. Das ist aber auch ein Scheißwetter draußen. Naja, jedenfalls immer noch billiger als beim Zahnarzt. Da könnt ihr ja, keine Ahnung wie viel, 300 Euro oder so für ein Zahnbleaching bezahlen. Und das wäre für mich nie in Frage gekommen, weil, naja, das wäre einfach zu teuer. Woher soll ich das Geld nehmen? Ähm, ja, die habe ich dann ausprobiert. Gut. Äh, hat geklappt. Da muss man, ähm, das sind solche, ich kann das ja erstmal erklären, ruhig bleiben. Ähm, das sind solche Plastikstreifen. Die haben ein Gel auf der einen Seite drauf. Und dieses Gel, das bleicht halt die Zähne. Und die klebt man sich dann, ähm, vorne, äh, oben und unten auf die Zähne drauf. Und, ja, das macht die Zähne dann weiß. Das macht man so, einmal am Tag oder zweimal am Tag, kann ich mich mal ganz erinnern. Das ist nämlich jetzt schon wieder ein Jahr her, wo ich das erste Mal gemacht hatte. Ähm, für eine halbe Stunde, glaube ich. Ja. So, das hat mir auch schon ziemlich geholfen. Allerdings, so, ich habe das dann eine Woche gemacht und ich habe gemerkt, so in den ersten drei Tagen dachte ich so, oh, cool, das sieht ja echt schon heftig weißer. Äh, aber dann hat es irgendwie so aufgehört. Dann ging es irgendwie nicht mehr weiter. So, dann habe ich das mal im Internet gegoogelt nach diesen, äh, White Stripes, die die in Amerika halt benutzen. Und die sind halt von der Firma Crest, da, Crest, nicht wundern, das ist chinesisch hier oben alles, weil, äh, die habe ich in China gekauft. Ich war in China, also, in Urlaub. Ähm, ja, wo war ich? Ach ja, war ich im Internet und habe, äh, nach diesen Crest White Stripes geguckt. Und, ähm, die gibt es halt in ganz, 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 ganz vielen Varianten. Out to Advanced Seal oder Premium oder weiß der Geil oder weiß er nicht. Keine Ahnung, ich habe jetzt hier Premium. Ähm, ich glaube, das sind die mit dem höchsten Wasserstoffperoxidgehalt. Und, äh, für die, die es nicht wissen, dieser Bleaching-Effekt, der kommt einfach nur von diesem Wasserstoffperoxidgehalt, der auch für, ähm, Blondierungen ist, die die Haare halt, äh, blond machen, die werden ja geblichen. Geblichen? Gebleicht? Keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, ja, dieser Wasserstoffperoxidgehalt ist von den Blendern Made White Stripes, ich glaube, so bei 4-5%. Und die, ähm, ich glaube, das sind die Premium von Crest, die haben ein Wasserstoffperoxidgehalt von 9%. Oder waren es 12? Irgendwie so um den Dreh. Auf jeden Fall, ähm, mehr als das Doppelte, glaube ich. Und, ja, deswegen habe ich mir gedacht, probiere ich die mal aus. Vielleicht machen die es dann noch ein bisschen weißer. Und, ja, das war es auch. Die, äh, die habe ich mir dann bestellt. Die haben auch vielleicht ein bisschen weniger gekostet. Bei Ebay habe ich die bestellt. Und, ja, die wurden, ähm, noch ziemlich weißer. Äh, ja. Jetzt zu Kontra-Punkten. Es tut weh. Also, bei mir hat es weh getan. Nach ein paar Tagen, ähm, dachte ich so, oh, mh, da hat man so ein, so ein Schmerz, so voll schmerzempfindliche Zähne. Aber, keine Angst, das geht wieder weg. Also, äh, da dachte ich so, oh, jetzt lasse ich es lieber mal sein. Dann habe ich es auch mal ein paar Tage gelassen. Und, ähm, dann ging es echt besser. Und ich kann euch empfehlen, irgendwie solche, äh, fluoridhaltigen Zahnpastas. Das, ähm, ist ganz gut. Oder es gibt doch auch so Sinsodine für schmerzempfindliche Zähne oder so. Wenn euch damit mal die Zähne putzt, ich glaube, danach geht es echt besser. Ähm, ja, ansonsten, ich bin keine Zahnärztin. Das möchte ich klarstellen. Ich weiß nicht, wie, inwiefern, ähm, die Dinger schädlich jetzt für die Zähne sind, ne? Also, im Internet habe ich auch viel gelesen. Ja, das, ähm, baut den Zahnschmelz ab. Und der ist ja, der kommt nie wieder. Und dann fallen euch die Zähne raus. Keine Ahnung, nein, mein Scherz. Aber, naja, mir war es wichtig. Ich möchte gern weiße Zähne. Und meine Zellen sind noch dran. Ich habe das jetzt, ähm, letztes Jahr das erste Mal gemacht. Und ich hatte bisher keine Probleme. Ich habe auch kein Karies oder so bekommen. Also, ich weiß nicht, ob das dann auf langfristige Sicht vielleicht schlecht ist. Aber ich benutze es auch nur. Ich habe es bisher erst dreimal gemacht. Ähm, die Paco, äh, die Firma verspricht, es soll bis zu sechs Monaten halten. Und wirklich, es hält wunderbar. Ich habe seitdem nicht einmal wieder so gelbe Zähne gehabt wie vorher. Ja, vorher, nachher Bilder habe ich auch. Die blende ich euch jetzt im Westen ein. Ja, ähm, da habt ihr gesehen. Auf dem ersten Bild habe ich echt, äh, die Eckzähne richtig dunkelgelb. Habt ihr es gesehen? Und auf dem nächsten Bild, ähm, ja. Ich meine, perfekt weiß sind die immer noch nicht. Äh, ist mir auch jetzt nicht so wichtig. Aber Hauptsache, sie sind einigermaßen okay. So sehen die aus. Könnt ihr mal sehen. Ich finde, die sind schon ziemlich weiß. Und schief. Aber naja, was soll man machen? Ich hatte keinen Bock auf eine Zahnspange. Ähm, ja. Was gibt es noch dazu zu sagen? Ich kann euch das ja mal zeigen. Ich weiß ja nicht, was hier drauf steht. Kann ich euch auch nicht sagen. Ich habe die einfach nur, äh, in China gesehen, dass es die da in den Drogeriemärkten halt gibt. So. Das sind diese kleinen Tütchen. Da gibt es halt einen, ähm, oberen Strip und einen für die unteren Zähne. Ähm, ja. Und die muss man dann so abziehen von diesem Ding. Und dann macht man sie sich drauf. Ich mache euch das jetzt nicht vor. Das finde ich ein bisschen eklig. Jetzt mir da im Winzer-Runzer-Fummeln muss jetzt nicht sein. Ich denke, ihr könnt euch das, ähm, vorstellen, wie man das macht. Beziehungsweise guckt euch, ähm, geht es bei Google ein, ähm, Crest White Strips oder so. Da findet ihr tausend, ähm, Beauty-Gurus aus Amerika, die euch das zeigen, wie die da drauf machen. Da habe ich jetzt, äh, muss jetzt nicht sein, finde ich. Ja. Was sollte ich noch dazu sagen? Mehr fällt mir jetzt eigentlich im Moment nicht ein. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ähm, probiert es aus. Wenn ihr auch so Probleme mit gelden Zähnen hattet, habt, wie ich hatte, so, ähm, dann macht das. Jetzt kriege ich Komplimente. Boah, du weißt Zähne, was nimmst du für eine Zahnpasta? Ich nehme keine Zahnpasta. Ich nehme diese White Strips. Ja. Mehr gibt es dazu, glaube ich, nicht zu sagen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.